Ardha Kandha Pidanasana, die Stellung der halben Kandha Presse, die Stellung der halben Wurzelknollenpresse, geht wie folgt. Von der Sitzhaltung ausgehend hebe einen Fuß hoch und gib die Ferse zum Nabel oder sogar leicht darunter und die Zehen zeigen dabei zum Brustbein. So drückst du Kandha, die Wurzelknolle, ein Energiezentrum in der Tiefe deines Bauches.